Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar der ist es! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen, nie das verrestliche Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass Sie Soldaten, die für Sie verbrechen... Ich setz Feiglinge! Verreißer! Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch das Geschmack des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klammeln hält! Jahrelang hat das Militärme der Aktionen nur behindert! Es hat mich gegen nur ein Schiffpicken... Widerstand! Ich habe mich geleckt! Ich hätte gut daran getan, um Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert. Verräter! Von allem Anfang an, wenn Sie so verraten und betrogen wurden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt der deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Ohne Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, erfen Sie sich, der Fall ist! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! !